Dill Tilly, das Ding ist eine Abkürzung für Don't Let The Label Label You oder wie wir auf der Straße sagen, Uxumbilä. Kaum Security, trotzdem keine Schlägerei. Es war nicht Universums-Battle-Rap. Bevor Bushido Schutzgeld in Hip-Hop gebracht hat. Das war das. Ihr müsst auf jeden Fall zu sowas mal live gehen. Das ist wirklich geil. Das ist richtig geil. Also, Jobi, wie war ein Dill Tilly auf jeden Fall? Dill Tilly, für alle Leute, die nicht kennen, ist die Abkürzung für Rap am Mittwoch. Inschallah. Ihr kennt ja alle Rap am Mittwoch wahrscheinlich. Es gibt ein ähnliches anderes Format, wie es auch Top-Tier-Takeover. Das ist so entstanden aus den ursprünglichen Leuten von Rap am Mittwoch. Rap am Mittwoch gibt es ja nicht mehr. Und es gibt auch seit mittlerweile zehn Jahren, gibt es Dill Tilly. Das Ding ist eine Abkürzung für Don't Let the Label Label You. Oder wie wir auf der Straße sagen, Uxumbilä. So, die treffen sich. Ja, Freestyle kann man nicht sagen. Wurde gestern eines Besseren belehrt. Heißt wohl Written. Written Battles. Written heißt, die haben ihre Hausaufgaben gemacht vorher. Sich auf den Gegner so eingeschossen. Die haben sich also, das ist echt eine krasse Kunst, Mann. Die schreiben dann teilweise eine EP in drei Monaten, also von der Länge her. Drei Monate, zwei Monate, je nachdem, manchmal auch ein Jahr oder was. Bereiten sich auf diesen Kampf vor sozusagen. Schreiben, recherchieren, hören sich Interviews von dem Mann, hören sich so. Was macht der? Versuchen Privates rauszufinden. Und so weiter. Und schießen sich auf den einen. Und gestern war ein Titelkampf. Das ist seit, nach Jahren, ich glaube, nach drei oder so. Also, ich glaube, Mi Cash, so hieß der Typ, der vorher den Gürtel hatte, sozusagen, den World Wrestling Federation Gürtel. Und der hat den Gürtel auch nicht verloren. Der hat den abgegeben, glaube ich. Weil der hat jetzt aufgehört. Der ist irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Oder hat sich zurückgezogen. Dann ist es wie beim Boxen. Wenn du den Gürtel nicht verteidigst, musst du ihn abgeben. So weißt du. Und tu nicht diese Label über dich. Ja, und dann war gestern, war eine absolute Legende. Rob Skewer gegen jemanden aus meiner Heimat. Den, muss ich sagen, war ich ein bisschen parteiisch. Kato. Und ich werde jetzt nicht verraten, wer gewonnen hat. Ich habe aus Versehen gestern ein kleines bisschen geleakt. Ich wusste nicht, dass man das nicht macht. Ich hatte vergessen, dass sie das auch noch aufnehmen und noch Pay-Per-View raushauen. Die sind eine richtig geile Community. Die hauen das raus und alle aus der Community bezahlen dafür. Und das kommt dann ein paar Tage, Wochen später dann auch auf YouTube. Das sollten wir vielleicht auch so machen. Mit was los, Pay-Per-View, was los. Aber unsere Community ist ja nicht broke. Aber war interessant, ganz eigene Welt. Du kennst, wenn du in dieser Welt bist, also wenn du nicht in dieser Welt bist, kennst du niemanden dort. Hast absolut keine Ahnung, wer die sind. Ja gut, du, ich bin schon drin. Ja, du guckst dir das an. Ich habe ja auch eine Was-Los-Folge gemacht. Also es gab mal Rap am Mittwoch, Beef mit denen, Dillte. Dann habe ich doch, ich habe doch Tisch mit denen gemacht. Die zweite Tisch-Folge war doch mit mir mit denen. Ach krass. Ja, ohne Scheiß. Ich bin dann da hingegangen und habe Tisch gemacht. Ja, nee. Hätten wir auch mit betteln, die sich nicht einfach gegenseitig. Die haben alles gemacht. Da gab es mehr, ach, alles Mögliche. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann nur jedem sagen, ich kann nur jeden von euch, ja, ich mache den Ilja hier, wenn du redest, mach ein bisschen lauter. Beste. Check, check. Ich kann nur jedem von euch raten, Freunde, ob das Top Tier ist, ob Dillte Lee oder unsere Jungs aus dem Ruhrgebiet. Ich weiß gerade gar nicht, ob der Merlin sein, Dingson, Merlin ist eine absolute Freestyle-Legende aus dem Ruhrgebiet. Der hat auch eine eigene Liga gehabt. Ihr müsst auf jeden Fall zu sowas mal live gehen. Das ist wirklich... Das war wirklich geil. Das ist richtig geil. Leute, und dann haben die, hat auf jeden Fall Rob Skur gegen Kato hat um den Gürtel gebattelt. Wirklich. Auf einem... Also es war am Ende wirklich spannend. Und ihr könnt das jetzt auch schon Pay-Per-View euch reinziehen oder halt warten auf YouTube dann. Auf jeden Fall sehr, sehr geile Veranstaltung. Und die tun noch viel, viel für die Kultur, auch wenn da absolut gar keine K*** sind. Nicht für die K*** sind. Null, null. Es ist halt kein... Sehr wenig K*** waren da. Einer hatte gerade geschrieben, Dillte Lee sind doch voller Kinder von irgendwelchen Ärzten. Ja, nur so reiche Leute, die einfach da sind. Alle jetzt oder die Macher? Keine Ahnung, was er damit meinte, aber das ist schon sehr interessant. Das ist eine ganz andere Community, sehr viele, also keine K***s. Auch wie die sich anziehen und so sehr Hip-Hop-lastig. Es ist halt so, die sahen alle so mäßig aus wie so Hip-Hop, als ich in die Hip-Hop-Szene gekommen bin. Bevor es halt, also bevor es halt so, ja, Mainstream, Diverse, K***, Street, Urban. Keine Ahnung, ich meine, doch kein Diss oder so. Die Leute sind alle korrekt. Das ist der Arian-Style so. Es gibt auf jeden Fall... Es gibt da... Ich erkläre es mal so. Guck mal. Es ist kaum Security, trotzdem keine Schlägerei. Es war nicht Universums-Battle-Rap. Also wenn Universum ein Battle starten würde, ne? Dann wäre wirklich... Alter... Also dort wären auch Mütter beleidigt... Ich hole mein Integrant in 24 Stunden. Da wären Mütter beleidigt und da wird so gemacht. Interessanter Engel. Interessant, äh, Dings. Die benutzen auch teilweise, äh, natürlich Referenzen aus Was-Los-Folgen. Das hat mir gefallen. Ansonsten, äh, ja... Mann, geil, geil, Leute, was die machen, ist geil, Mann. Die sind korrekt, cool, Rucksack ist am Start. Hat mich sehr erinnert an meine Anfangszeit in der Hip-Hop-Szene, bevor, äh, Flüchtlinge sich der Hip-Hop-Szene angenähert haben und gesehen haben, man kann hier seinen, äh, Monatslohn erhöhen. Man kann Schutz nehmen. Bevor Bushido Schutzgeld in Hip-Hop gebracht hat, das war das. Die sind genau andersrum. Genau andersrum. Keine Sponsoren, alles selber finanziert. Alles selbst finanziert, wirklich alles selbst finanziert und, äh, das ist ja schon krass, Mann, ey, die, die sind eine krasse Crew. Und wie gesagt, Top-Tier, äh, Top-Tier übrigens, damit ihr das, ihr kennt doch Tierstar, der macht ja auch, Tierstar ist ja mäßig ein Style, in der Szene kennt man ja. Der bekannteste. Tierstar kennt ihr, unser Homeboy Tierstar, der auch jetzt den Podcast hat und so, und der macht die andere Liga, Top-Tier. Und das ist so ein Überbleibsel, Reste, man hat sich ja da getrennt, Neugründungen, so von Meta, Google, Whatsapp und halt Ex-Rapper Mittwoch, Leute. Rapper Mittwoch gibt's ja so nicht mehr, ne? Gibt's ja gar nicht mehr, ne? Nee, ich gucke gar nicht mehr. Ja. Aber hat Rapper Mittwoch das, kann man sagen, dass die das wieder irgendwie bekannter gemacht haben, diese Battles? Ja, also. Außerhalb deren Babel mal wieder bekannter. Ich meine, der Tierstar hat uns ja auch erzählt, bei Rapper Mittwoch kam auch Alpagan, Sidoma, weil da Savas war man. Ich meine, es gab halt vorher auch noch Dings. Feuer über Deutschland? Feuer über Deutschland war natürlich so ein Ding. Der absolute Klassiker. Ja, war absolut wild. Feuer über Deutschland. Das war der Talk auch mit Chefcat, weil ich gemeint habe, der Unterschied damals war halt, die Leute, die bei Feuer über Deutschland waren, ob das jetzt Fahrt war, Snagger Pilat oder auch Band und Fuhrmann und Band und so, die konnten aber auch noch rappen, die waren auch Rapper. Aber die Leute, die jetzt bei diesen Top-Tier-Takeover oder auch zu einem Bildtele mitmachen, die sind wirklich nur Battle-Rap, die bringen keine Songs so raus. Ja, also, das ist ein Thema, da darf ich mit Thiersta auch schon oder mit anderen Leuten schon gehen. Gestern der Virus zum Beispiel, der Klang, also gestern war so ein Dude da, der hieß Virus, kannte ich gar nicht, muss ich sagen. Stark auch. Sehr stark gerappt, sehr stark. Aber das siehst du selten, also im Sinne von Rap. Deswegen wird das ja auch manchmal so ein bisschen so. Der hat so Flow reingebracht. Ja, die, ja, also, ist halt, ist halt was anderes, aber es ist eine andere Art von Kunst und es ist wirklich krass. Ich muss sagen, ich bin, ich bin, ich habe das hier schon mal gesagt, ich weiß, viele im Chat sind da nicht so, das ist so nicht so euer Ding, aber ich bin übertriebener Fan von, wie heißt die nochmal, Setschke, 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 Setschke und, ich meine, das sind so zwei, die Motherfucker von Niederrhein, wie heißt die nochmal, die haben so schwierige Namen auch, die haben auch so, so kranke Namen, auf die kommst du nicht, einfach, Oktomusch und, Oktomus oder Oktomusch, hat schon einer geschrieben, Oktomusch und Setschke oder so, ich bin ein übertriebener Fan von, wenn die zusammen irgendwo auftreten, ich gucke das immer, die Motherfucker von Niederrhein, auf jeden Fall, ich, ich habe damit angefangen, richtig, richtig alles zu gucken, als Dingens war, als Lockdown war, da habe ich viel mit Dingens geschrieben, mit Tiersda, und dann, Bruder, dann hat der mir einen Link nach dem anderen geschickt, ich bin voll im Film, ich bin voll im Film. Einer schreibt, Bong Teddy geht auch super klar, der hat auch gebattalt. Ja, der Bong Teddy hat gegen Virus gebattalt, Onbeat, und, ey, der rappt auch nicht schlecht Onbeat, aber ich finde den auch geil, ohne Beat, also so written, aber meine Lieblinge, es ist auch, es ist auch Geschmackssache, muss man sehen, der eine rappt mehr intellektuell, der andere kommt mehr über mehrfache Dinger, einer kommt mehr über Gefühl, ne, zum Beispiel Kato gestern, das war viel, viel über Gefühle, Chris Kotzen zum Beispiel, ey, feiere ich über, ey, Chris Kotzen auch absolute Legende, für mich auch, einer meiner Lieblinge so, das ist so voll geil, ich bin so Fan von denen, und das hat so irgendwie nichts mit uns zu tun, gar keine Berührung, so, man trifft sich nie, oder so, geil irgendwie, aber kann man auch so Fan sein, nicht so wie bei Leuten, die man, mit denen ich was losfolgen mache, und die ich danach hasse, so, wo ich so denke, boah, Bushido voll der Abschaum, nochmal Bushido ist Abschaum. Also ganz kurz, achso, der Animus hat ja gesagt, dieser Hass gegen Bushido wird mich noch in den Grab bringen, oder meinst du, der GT wird mich in den Grab bringen, weil der hat 450 PS. Entweder der oder der kommende Brabus, eins von beiden. Aber fuck ey, der Brabus könnte mich auch in den Grab bringen. Naja, auf jeden Fall danke nochmal Bushido. Nida Lip war heftig, ja, Nida Lip auf jeden Fall, für alle, die sich interessieren, können den Namen andersrum lesen, aber die Battle Rapper haben so eigenen Humor, Nida Lip ist richtig krass, der hatte auch, glaube ich, den Gürtel eine ganze Zeit lang, finde ich auch richtig krass. Wer war denn noch richtig geil? Jarambo fand ich immer gut, richtig geil. Der Deutschlehrer. Das ist geil. Ich weiß leider nicht, wie der heißt. Das ist geil. Yo. Der war einfach Deutschlehrer, hat dort voll abgerissen. Es gab, ich habe die beiden Namen vergessen. So ein Typ, der ist normalerweise Deutschlehrer. Ja, Mikesch hat ja aufgehört, genau, der war natürlich super auch. Ich finde halt, Mikesch, also Mikesch und so, ich feiere das auch, was sie können, und die haben auch so Dinger, richtig geil, und ich kann nicht, also nur als Fan darüber reden, also, ist nicht so mein Lieblingsstyle, sagen wir so. Ich gucke lieber andere Sachen, aber die sind natürlich richtig krass. Nils, den kann ich einfach nicht. Nee, ich glaube, so heißt der Deutschlehrer. Der Deutschlehrer? Ja, wie gesagt, kann ich nicht, ja. Wie ich gucke, ich gucke so gut, es geht alles, aber, kann man ja nicht ansprechen. Ist für mich wie ein Bier, weißt du, habe so ein paar Lieblinge. Aber wie gesagt, dafür, dass ich das erste Mal da habe, aber hat es echt Spaß gemacht. Davor wusste ich nicht, ist das so cool, oder ist das langweilig, aber macht schon echt Spaß. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann geht gerne dahin, supportet die so. Ja, der Mikesh hat vor kurzem gegen Cynic gebetelt, das habe ich natürlich gesehen. Na klar. Ja, also, guckt ihr auch Ami-Battles, auf jeden Fall, auf jeden Fall. War auch gestern ein Thema, es gab auch ein Rest in Peace an, Dingens, Pat, 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 Legende. Ist vor kurzem, ganz überraschend gestorben, ich habe auch nicht gepeilt, am Ende nicht mehr mitbekommen, woran, Ami-Battles gucke ich natürlich, schon länger als deutsche Battles, da bin ich reingekommen, durch, ähm, eine Akteurin aus dem Game, schon sehr lange dabei, so ein Urgestein, genau, ich gucke so, ich gucke diese Battles, diese amerikanischen Battles, wegen Dingens halt, wegen Smack, und es gibt so einen Typen in Amerika, der heißt Smack, ihr kennt wahrscheinlich, diese Smack-DVDs, und, wie heißt der Nummer? Cassidy, genau, Cassidy, ja, Cassidy, diese, diese, diese Cassidy-Bars, Cassidy, natürlich auch Disaster und so, aber das ist ja später, Oxymoron natürlich auch, außer interessanterweise, Oxymoron, einer der besten Battle-Artists, so Battle-Rapper der Welt, wirklich, der auf mehreren Sprachen jeden schon besiegt hat, kommt einfach aus Essen, oder hat in Essen gelebt, ich glaube russischer Herkunft, hat in Amerika schon, Disaster besiegt, glaube ich auch, ne, also auf, auf Englisch, der Typ ist ja unglaublich, hat glaube ich sogar mal darauf reagiert, ne, ich glaube, ich habe ihn schon interviewt, äh, 4-7 da war, ja, 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 als 4-7 bei uns, am Anfang meiner Twitch-Ära, und da haben wir, ja, ich habe ihn sogar interviewt, der Oxi, aber das war ein bisschen, auch so ein Cringe-Moment, weil ich den nicht direkt erkannt habe, ein bisschen Cringe, der hat beruhigt alle, Smackdown, DVD, Endone, und, ja, alles gesehen, stimmt, wollte der nicht in dem, ja, Oxi, Oxi hat damals Kollege ausgefordert, Kollege hat nicht mal geantwortet, das fand ich auch ein bisschen schade, wenn er wenigstens antworten können, also auch, dass er es nicht machen will, oder so, ist ja okay, aber, weil einfach den Respekt, weil Oxi ist unglaublich, war ein unglaublich netter Dude auch, also sehr respektvoll, sehr nett, kein Assi, also, kommt Jahresrückblick mit Flesi, es kommt was viel Schlimmeres, was viel, viel Schlimmeres, was Einmaliges bisher, was Einmaliges, genau, wir machen jetzt, also wir werden die Reihe jetzt brechen, aber mit was Besserem zurückgeben, also, Leute, der Talk ist folgendes, wir haben jetzt jahrelang, ich glaube sieben oder acht Jahre, immer dieselbe Reihenfolge gemacht, Jahresrückblick Flair, Jahresrückblick Manuelsen, erster, erster PA Sports, ne, Silvester Badewanne, erster, erster PA Sports, diese vier Videos, habe ich jetzt glaube ich sieben Jahre hintereinander gemacht, erinnert ihr euch, also seid ihr am Start, wisst ihr Bescheid, also die meisten wissen es doch, oder, kann man das so sagen, bevor ich euch absteche, so, also gut, Badewanne will ich glaube ich lassen, weil das hat so einen besonderen Charakter, ich hatte jetzt eigentlich, es ist ein persönlicher Recap, es ist ein sehr, sehr persönlicher Recap, das, das lasse ich, wir hatten mal auch, ich meine, wir hatten ja auch mal ein Memo dabei, und so, da war es mal lustig oder so, wir hatten auch mal auch Spaß überlegt, diese, mal einen Pornostart zu fragen oder so, einfach so, damit es halt so lustig ist, aber dann ist es halt so eine Twitch-Folge, Badewanne sollte Recap bleiben, auf Ruze, auf, auf, wirklich der Real Talk am Ende des Jahres, nur ich werde diesmal etwas klüger sein, und die nicht wirklich am 1.31. aufnehmen, weil das ist der Todes, Todes-Kopf für mich und meine Mitarbeiter, ich werde das mal ein paar Tage vorher aufnehmen, der schnittert jeden gef***t bisher, deswegen, ich wollte ja Jolie Love fragen, aber dann, also das können wir mal für Twitch machen, wenn ihr Bock habt, aber ein paar davon im Real Talk mache ich, glaube ich, alleine, so, der bleibt, Manuelsen wird aus bekannten Gründen nicht funktionieren, leider wird das nicht mehr klappen, ja, Flizzy und PA fallen weg, weil wir was anderes machen wollen, und zwar, es gibt ja seit diesem Jahr die Stream Unit, und was haltet ihr davon, wenn die Stream Unit zusammenkommt, an einem großen Tisch und einen unendlich langen Podcast macht, den wir euch vielleicht in zwei, drei Teile dann raushauen, mit Jahresrückblick, allgemein Talk und dann Jahresausblick, und ihr kriegt das in drei Teilen, so meinetwegen, ein Dreister, Zero, Erster, dazwischen noch die Beidewandfolge, wir kommen zusammen, so ein bisschen, wie wir das so von den Ami-Podcasts kennen, wo die so alle da sitzen, mit PA, mit Massiv, mit Flair natürlich, und natürlich mit Rousy Baby, Rousy Baby! Wir können ja Farid fragen, aber wegen der Distanz, wir können Farid auch noch fragen, aber das wird mit der Distanz nicht so klappen, Farid ist ja auch Stream Unit, ich habe vergessen, Farid ist auch Stream Unit, das Problem ist, er streamt da zu wenig, aber das wäre so krank, wenn Farid dabei wäre, das wäre wirklich legendär, oh mein Gott, das wäre anders legendär, das wäre der Jahresrückblick, Amanas Kaisens, und K1, wir müssen noch K1 fragen, und Bösemann, und wir holen natürlich, Carsten Stahl, er soll das, er soll, uns runterholen, und aus Dubai zugeschaltet, aus Dubai zugeschaltet, Anmus und Busnitsch, Busnitsch, alle in selbe Badewanne, und Faisal Kauzi moderiert das Ganze, ich habe keine Frage gehört, Jaapos,